Kommata und Kürzel für die, Komma und Kürzel für die, das, danke für diese Frage, Komma, die sehr feinfühlig auf einen kleinen Lapsus in meinem Stenogramm hinweist, Komma, bei dem das Komma sehr leicht mit dem Kürzel für die, so geschrieben, grün markiert, verwechselt werden kann. Das Letztere steht normalerweise auf der Grundlinie und ist ein gerades, halbstufiges Zeichen, während das Erstere in den Raum unter der Grundlinie ragt. Zur Illustration mache ich hierzu ein Stenovideo dieses Textes, Komma, bei dem ich die Kommata und die, die Kürzel markiere.